hallo aus kuba wir sind gerade mit dem taxi in die city gefahren wir wollen jetzt wirklich komplett zentral heute startet unsere kooperation mit kuba trotter wir machen gemeinsam eine rundreise zehn tage und die ersten tage sind jetzt in havana danach gibt es zehn tage mit dem mietwagen durch kuba oder über kuba und ja jetzt sind wir in unserer unterkunft angekommen und das ist kein hotel das ist ein casa particular das ist kann man sich so vorstellen wie rbnb das sind wohnungen von menschen vermietet also von locals hier oder manchmal wohnt man auch bei denen zu hause wir haben jetzt eine eigene wohnung und ja die zeigen wir euch mal weil die ist so richtig cool wir haben nicht gedacht wir haben jetzt weniger platz als im hotel wir haben noch mehr platz das hätten wir echt nicht gedacht ja genau so in der art aber wie gesagt diesmal haben wir halt was für uns alleine und ja fangen wir beim schlafzimmer an so sieht es aus ist auch alles echt super sauber riecht gut das ist wirklich schön und da bleibt ja wie die anderen nicht wohnen wir waren nämlich erst zuerst bei der frau in der wohnung oder bei der familie dann sah es halt genauso aus und dann hätten wir halt ein zimmer gehabt aber sie hat sich vertragen bekommen hat sich entschuldigt und ja so sieht es aus hier von hier aus können wir weitergehen in unser kleines badezimmer das ist alles so kubanischer stil so bunt aber das ist echt schön irgendwie das so ganz anders mal ein bisschen erinnert sich an oma früher so eben so duschvorrichtung oder so aber das ist auf jeden fall alles echt toll und ja von hier aus können wir weiter in ein nächstes schlafzimmer das brauchen wir jetzt natürlich nicht ja genau also wer zeit hat wohl kommt vorbei leider zu spät hier vorne im zimmer da ist noch so bettdecken und so sachen drin aber das werden wir bei den temperaturen wohl nicht brauchen ja genau das klimaanlage sogar das ist schön hier auch zweites schlafzimmer da kann man schon einen coolen ausblick sehen aber dazu jetzt gleich mehr hier vorne haben wir ein schönes kleines ja so wohneszzimmer ja vorne auch ein fernseher das stimmt küche ups und hier noch sitzgelegenheiten ohne ende jetzt klingelt sich einmal kurz auf so jetzt hatte gerade der besitzer geklingelt oder so nett gewesen die frau jetzt eben die sprach nicht wirklich viel englisch nur spanisch war so mit händen und füßen mehr das ging aber auf jeden fall sehr gut mit unseren neuen spanischkenntnissen aber er gerade sprach einfach direkt englisch und super netter man hat sich direkt erkündigt ob alles okay ist und herzlicher empfang hier aber weiter spanisch ja weiter geht die room tour ja hier vorne haben wir jetzt die küche mit einem riesig großen kühlschrank und da ist sogar reichlich an getränken also sind reichlich getränke drin vorne die preise dafür und ja ansonsten können wir sogar selber kochen das ist richtig cool voll ausgestattet die küche oben ist auch ganz viel geschirr drin und tapfer großer reiskocher noch ein kleiner reiskocher und eine kaffeemaschine aber das highlight hier wartet draußen den muss einfach nur ziehen ich habe nur aufgelassen oder drücken schuldigung das ist die mega geniale aussicht einmal über havanna kopf gestoßen da hinten ist sogar das meer mitten drin ja wirklich mittendrin es ist mir echt richtig mega und direkt das leben vor der tür schon wahnsinn und ist auch schön gemacht hier schön begrünt und eine liege ja und hier draußen kann wir uns auch noch hinsetzen das ist echt mal richtig schön würde ich sagen wir machen uns jetzt auf den weg in die stadt denn wir müssen ein bisschen was essen und einkaufen und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt in einem Gastron hier gelandet, das ist eine Pizzeria und wir bestellen uns erstmal zwei Pizze. Die Pizza ist jetzt gekommen, ich hoffe man hört mich, weil die ist gerade voll laut an der Straße. Aber die ist echt riesig, aber sieht auch super gut aus. So, wir haben gut gegessen, wirklich gut, nur die Pizza war ein bisschen dünn, aber sonst echt genial. Und haben uns auch verstanden, dass wir ohne Käse bestellt haben, klappt halt auch alles gut mit unserem Spanisch. Genau. Und ja, jetzt sind wir gerade hier in der Seitenstraße, wir suchen gerade einen Supermarkt und ja, hier sieht man wirklich mal das Local Life, wie es ist. Nur ist halt schade echt zu sehen, dass die Häuser so verfallen und herunterkommen. Aber das ist echt wie so ein Zeitsprung einfach, wenn man hier aus einem Flugzeug aussteigt, den der Stadt dann kommt, ganz anders. Schaut mal, hier war die erste Kanalisation von Kuba, so sah das früher aus. Wir sitzen gerade hier im Hafen, machen eine kleine Pause und da vorne ist auch wieder die MSC. Ja, das ist so ein mega Riesenschiff. Wie gibt es Mais zu kaufen? Nee, nicht mehr. Heute ist auch ein bisschen mehr in der Stadt los hier. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade im Supermarkt kaufen, was ein bisschen Wasser und hier klein Zeug und das ist so Wahnsinn, was hier für Schlangen sind. Richtig übel. Wir sind wieder zurück und das sind jetzt unsere Einkäufe. Dreimal fünf Liter Wasser und das vierte Mal hier oben. Dann haben wir 1,5 Liter Cola gekauft, dann so eine Zitronenlimo in der Dose, Mais, passierte Tomaten oder Tomatenpüree, Tomatensauce. Besser gesagt, dann hier noch ein Kilo Spaghetti, ist eine große Packung, 500 Gramm Reis. Und ja, das war es auch schon. Alles zusammen hat jetzt 15 Cook gekostet. Das sind dann ungefähr umgerechnet vielleicht so 12,50 Euro. Und ja, wir werden mal im Kopf überschlagen. So in Deutschland hätte uns das so 5 Euro irgendwas, knapp 6 Euro höchstens gekostet. Schon ein großer Unterschied. Man kann jetzt zum Beispiel hier auf der Straße auch günstig essen, wie eine Pizza. Es gibt hier so, ja, so, nur größer noch ein bisschen, so Mini-Pizzen. Die kosten dann ungefähr 50 Cent. Das ist aber meistens mit Käse. Da wollen wir die Tage mal versuchen, ob es auch ohne geht. Aber so ein Supermarkt ist halt schon wirklich teuer. Ja, man muss halt bedenken, dass die Leute, die hier leben, wirklich nicht viel verdienen. Haben wir die Tage im letzten oder vorletzten Video auch darüber gesprochen. Und ja, ist auf jeden Fall schon doch ein teures Stück, definitiv. Und ja, so sieht es aus. Jetzt gleich wird erstmal gekocht. Ich denke, Spaghetti, Jessie, die ruht sich hinten gerade ein bisschen aus. Die ist platt. Ja, aber das muss man auch sagen. Wir haben letztens, wo wir die Havana City Tour gemacht haben, haben wir erzählt. Oder echt besser gesagt, was der Ort hier war. Oder die Innenstadt sehr ruhig war. Und ich nehme alles zurück. Also es lag echt nur im schlechten Wetter, im Regen. Weil, wo wir heute dahergelaufen sind, das ist so voll gewesen und so laut. Aber eigentlich gar nicht mal so extrem viele Touristen, muss man sagen. Einfach nur die Einheimischen sind jetzt auch alle draußen auf der Straße. Und ja, war High Life, richtig viel Los, Stimmung. Und es war auch sehr laut dadurch. Moment, sehr low season. Ja. Kröses. Ja, jetzt würde ich sagen, kochen wir erstmal. Mhm. hmm manchmal ist das echt der wahnsinn man geht ein paar meter und hier zerfallen jetzt die häuser da sind total alt dazwischen sind schon welche abgerissen und der kontrast der ist echt extrem